Am Ein- und Ausritt nur der, der wurde den beiden leider zum Verhängnis. Dort die vier Strafpunkte erzielt, sonst, wie gesagt, wäre das ebenfalls auch Platzierung in den Top 5 geworden. So, wir sind damit jetzt bei Anna-Christina Abelen und Isomaris. Untertitelung des ZDF, 2020 Es sind hier Strafpunkte geworden, für Isomaris ist Anna-Christina Abelen, eine Zeit von 67,9 Sekunden. Schade den Notiz.